Wir inserieren heute diesen Audi Q7 auf Mobil- und Autoscout, schauen wie das Ganze funktioniert, worauf ihr achten müsst und wo sich diese beiden Plattformen unterscheiden. Viel Spaß mit diesem Video! Ja, nachdem mein 1er Projekt etwas ins Stocken geraten ist, dachte ich mir, komm, wir wechseln jetzt einfach mal die Position vom Käufer zum Verkäufer. Ein wunderschöner Audi Q7 4M, 272 PS hat der, 3 Liter Diesel und bevor wir jetzt ins inserieren gehen, würde ich sagen, lass uns den Wagen jetzt erstmal ein bisschen anschauen. Inzwischen sieht der ja etwas anders aus, etwas rundlicher, das Vor-Facelift-Modell ja noch etwas kantiger, aber wer sich hier fragt, okay, wo sind die Nebelscheinwerfer? Die braucht man nicht, weil wir haben ja hier Matrix-LED, außen das S-Line-Exterior-Paket mit dem Quattro-Logo am Seitenschweller. Aber hier oben sehen wir einen fetten Heckspoiler oben drauf, der dem Wagen ein bisschen Sportlichkeit verleiht. Damals noch recht neu, diese dynamischen Blinklichter. In den Innenraum gehen wir gleich, dann haben wir, was es ja heute bei Audi auch nicht mehr gibt, tatsächlich hier unten noch echte Endrohre, sowohl links als auch hier rechts. Wir sehen hier TDI Quattro, also ein Allrad angetriebener Diesel Audi Q7 in den Kofferraum. Schauen wir gleich auch einmal. Wir machen einmal den Blick einmal ums Auto rum. Wir sehen, es ist natürlich ein Gebrauchtwagen, das heißt, ein paar Macken außen drumherum gibt es auch. Die dürfen wir natürlich gleich in der Anzeige nicht vergessen, weil das einfach zum Fahrzeug dazugehört. Und wer das kauft, der will ja nicht so auf die Fresse fliegen, wie ich das gemacht habe. Also ehrlich sein und sagen, wenn er Macken hat, das ist okay. Das ist ja auch kein neues Fahrzeug. Also hier auch von links sieht er natürlich genauso aus wie von rechts. Wir haben hier die Dachreling aus Aluminium und ein schönes Panoramadach. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Innenraum. Lass mal dahin schauen. Also Innenraum, wir öffnen die Fahrertür und sehen hier einen Innenraum, den man sonst wahrscheinlich eher selten sieht. Denn die Innenausstattung ist hellbeige, das Lenkrad dunkelbraun, die komplette Mittelkonsole hier auch in dunkelbraun mit Aluminium. Wir haben aber hier auch schon das virtuelle Display. Da können wir auf jeden Fall alle Informationen uns auf dem Display hinter dem Lenkrad anzeigen lassen. So, und wenn wir auf View gehen, sehen wir auch nochmal die große Karte etc. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ansonsten hier alles sehr, sehr gepflegt. Denn der Wagen wurde tatsächlich auch einmal komplett aufbereitet, professionell. Wir werfen jetzt erstmal einen Blick auf die zweite Reihe, beziehungsweise einmal nach oben. Denn da haben wir das Panoramadach. Sehr, sehr schick. Ja, aber dann ab auf die Rückbank. So, ich sitze jetzt auf der Rückbank und muss sagen, ich habe extrem viel Platz. Ich mache mal eben hier die Tür zu. Der Sitz ist tatsächlich gerade auf mich eingestellt mit meinen 1,95 Meter und ich sitze hier hinten und könnte auf jeden Fall noch entspannt in den Urlaub fahren. Dieser Audi Q7 ist einfach ein Schiff, das kann man sagen. Kofferraum schauen wir gleich nochmal. Da sind aber nochmal zwei weitere Sitze. Hier natürlich unten auch Klimaeinstellungen für die Rückbank. Da die Zündung aber gerade wieder aus ist, sehen wir hier auch nichts. Sitzheizung natürlich außen. Schick auch hier die Türen aus Alcantara. Es ist wirklich krass, wie funktional dieser Q7 ist, weil man tatsächlich hier jeden einzelnen Sitz auch nochmal so vor- und zurückstellen kann. Und auch nochmal, so, wie macht man das hier? Die Lehne nochmal individuell einstellen kann. So wie jeder das möchte. Also so könnte ich hier quasi auch schlafen. Wir haben zwar jetzt hier die Hutablage drin, beziehungsweise die Kofferraumabdeckung. Aber an sich haben wir hier auch nochmal zwei Sitze im Kofferraum. Die können wir jetzt mal eben umklappen. Machen wir jetzt mal. Zuerst öffnen wir nämlich mal kurz den Kofferraum. Selbstverständlich auch das alles automatisch. Und dann machen wir hier einmal die Kofferraumabdeckung. Die muss natürlich raus. Also das funktioniert ganz einfach. Hier mit meinem Klipser hoch. Dann nehmen wir das hier einmal raus. Und dann haben wir nämlich hier zwei Knöpfe. Wenn ich da drauf drücke, dann wird aus dem fünfsitzigen Audi Q7 zuerst ein sechssitziger Audi Q7. So passen nämlich jetzt hier sechs und sieben Leute rein. Jetzt schauen wir mal eben, ob ich da auch Platz finde. Müssen wir erst hier einmal den Sitz umklappen. Und dann haben wir hier so einen Hebel. Wenn wir den hochziehen, dann sehen wir, dass wir hier einen recht komfortablen Einstieg in die dritte Sitzreihe haben. Aber ich traue mich gar nicht nach rein zu gehen. Weil ihr seht, das ist alles hier schön sauber gemacht. Aber nichtsdestotrotz einmal in die dritte Sitzreihe. Ja und ich muss sagen, ist doch eigentlich vollkommen okay. Ja und dann könnte ich hier sitzen. Also ihr seht, klar, ich komme natürlich mit dem Knie dran. Aber ist okay. Ja und der Blick nach vorne, der ist natürlich dann schon ganz schön weit. Ist schon groß das Auto so. Aber das mal in aller Kürze das Auto. Fotos habe ich gestern schon gemacht. Sehr, sehr viele. Man kann auf den Plattformen unterschiedlich viele Fotos hochladen. Aber das ist auf jeden Fall ein Tipp, dass ihr gute Fotos von dem Auto macht. Weil das natürlich auch einfach professioneller wirkt, wenn die Bilder sehr, sehr gut aussehen. Und den potenziellen KäuferInnen, um das jetzt mal so gendergerecht zu sagen, ein gutes Bild von dem Wagen zu vermitteln. Aber natürlich nichts vertuschen oder so. Getuschen geht natürlich nicht. Also das ist ja kein gutes Bild. Also das ist natürlich die Voraussetzung, dass die Bilder echt sind. Aber wie gesagt, die habe ich gemacht. Jetzt gehen wir ins Büro, an den Computer und setzen uns an die Inserate. Und damit willkommen im Büro. Ich habe hier schon mal alles vorbereitet. Sowohl mobile.de ist offen, als auch Autoscout24. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit mobile und machen im zweiten Schritt dann Autoscout. Ich habe es ja mal aufgeschrieben, ca. 1,5 Millionen inserierte Autos, 13 Millionen Besucher pro Monat und über 40.000 registrierte Händler. Und der Vorteil, und das haben aber sowohl mobile als eben auch Autoscout24, ist, dass man da nicht nur als Händler Autos inserieren kann, sondern eben auch als Privatperson. Dann hat sich in den letzten Jahren ja so ein, ich sage mal, Direktankauf etabliert, so durch wirkaufeneinauto.de etc. Das gibt es sowohl bei mobile als auch bei Autoscout24 zwar auch. Aber wir werden jetzt hier den klassischen Weg wählen und das Auto ganz normal inserieren. Investiert gerne doch nochmal in sowohl Technik als auch Optik, soweit sich das natürlich finanziell lohnt. Wenn ihr ein Auto verkaufen wollt, was weiß ich nicht, 2.000, 3.000, 4.000 Euro kostet, lohnt es sich natürlich da jetzt weniger nochmal 200, 300 Euro in der Aufbereitung zu stecken. Aber den Q7, den wir ja draußen gesehen haben, wir werden jetzt gleich auch einmal den Marktwert vor nochmal kurz checken. Da lohnt sich das natürlich auf jeden Fall. Gerade bezogen auf das Optische möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz ergänzen, dass ihr natürlich nicht unbedingt in eine professionelle Aufbereitung investieren müsst. Gerade wenn euer Auto nicht so den Verkaufswert hat, wie das jetzt beispielsweise hier beim Q7 der Fall ist, sondern wenn euer Auto deutlich günstiger ist. Dann reicht es manchmal auch einfach, wenn ihr euch einen Nachmittag gründlich Zeit nehmt und das Auto einmal auf Vordermann bringt, wirklich alles wieder picobello in Schuss setzt. Dass der Wagen optisch wirklich 1A dasteht, ist einfach ein viel, viel besseres Erscheinungsbild für potenzielle Käufer. Also muss nicht unbedingt eine professionelle Aufbereitung sein, auch wenn man sich selber ein bisschen Mühe gibt, reicht das aus. Aber bringt den Wagen optisch auf jeden Fall auf Vordermann. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt hier mit Mobile. Wir melden uns zuerst an und dann wählen wir hier den Button Verkaufen aus, Autos. So und jetzt haben wir eben, wie gerade gesagt, die beiden Möglichkeiten. Wir können sowohl per Inserat verkaufen, als eben auch direkt an eine Ankaufstation, wie beispielsweise wir kaufen ein Auto.de. Klar, die wollen wahrscheinlich schon eher, dass man das Auto direkt an die verkauft. Aber wir wollen es jetzt ganz klassisch per Inserat verkaufen. Das wählen wir jetzt hier auch aus und können jetzt eben auswählen, was die Informationen zum Fahrzeug sind. Ich habe hier auch den Fahrzeugschein. Ihr könnt ja das Fahrzeug entweder inserieren per HSN, TSN, also Herstellernummer und Typnummer. Aber wir werden jetzt hier den klassischen Weg wählen. Also wir haben ein Audi. Wir gehen jetzt auf Weiter und bekommen jetzt hier die Information, eine Ankaufstation in nur 5 Kilometer möchte 28.600 Euro bieten. Naja, schon eher wenig. Deswegen ist es wichtig, vorher einmal den Marktbett zu checken. Und das machen wir jetzt in einem nächsten Schritt und gehen jetzt so ganz grob ein, was wir hier für ein Fahrzeug haben, um mal zu gucken, wie ist so aktuell der Marktplatz. So, jetzt schauen wir hier mal schnell auf Diesel. Wir haben jetzt noch 20 Angebote. Die sind wahrscheinlich aber auch alle mit dem Großmutter tatsächlich nicht. Ich habe hier auch nochmal die Unterlagen vom damaligen Kauf. Also das am besten auch immer aufbewahren, wenn ihr ein Auto kauft. Das Inserat, was ihr damals gefunden habt, könnt ihr die Information auch nochmal alle rausziehen, was so Ausstattung und so weiter angeht. Machen wir gleich auf jeden Fall auch. So, wir haben jetzt noch 15 Angebote. Das reicht eigentlich grundsätzlich aus, um jetzt erstmal einen Überblick zu bekommen. Ich gehe mal einmal kurz noch durch ein paar Ausstattungen durch, bei denen ich weiß, dass der Wagen die hat, um das nochmal so ein bisschen besser filtern zu können. Was nämlich wichtig ist beispielsweise, ist, dass der so dieses Virtual Cockpit hat. Voll digitales Kombi-Instrument. Das haben nämlich zu dem Zeitpunkt damals im Vor-Facelift tatsächlich gar nicht so viele gehabt. Ich würde sagen, das reicht aber an der Stelle auch. Wir schauen uns die neuen Angebote hier bei Mobile mal an, um jetzt mal zu gucken, was ist so die Preis-Range. Also, wir haben jetzt hier einen, auch mit dem 3 Liter Quattro, S-Line, unfallfrei natürlich. Der sieht auch sehr ähnlich aus. Der kostet jetzt 59.900. Das wirkt mir aber schon sehr, sehr viel. Einen mit 94.000 Kilometern für 42.000, für 43.900. Wie gesagt, es geht jetzt erstmal nur darum, dass man so einen Überblick bekommt. Dann haben wir hier noch einen Audi Q7 in weiß. Der kostet 51.900 und es ist ein sehr guter Preis. Das ist natürlich auch immer eine gute Einordnung. Das ist guter Preis, sehr guter Preis. Wie Baujahr, Kilometerstand, Leistung, technische Daten etc. Und auch der Standort. So, also jetzt haben wir hier einen mit 55.000 Euro, der aber als erhöhter Preis angezeigt wird. Dann haben wir hier noch einen mit 45.950. Ah, hier sehe ich aber schon jetzt Xenon-Scheinwerfer, keine Matrix-LED wie der draußen. Also es pendelt sich tatsächlich so ein bisschen ein zwischen dem höchsten 55, was aber ein erhöhter Preis ist. Und unten haben wir 43.942. Ich bin immer ein Fan davon, sowas in der Mitte einzuordnen und würde jetzt mal so sagen, dass wir zumindest bei Mobile ungefähr auf einen mittleren Preis kommen. Von aktuell so 46.000 und das checken wir einmal auch kurz gegen bei Autoscout. Also wir haben jetzt hier einen in schwarz für 41.9, dann haben wir einen für 52.5, erhöhter Preis 43.69, den eben für 49.9, 43.5, 45.9. Ja, ich würde auch hier sagen, wir sind bei 45.000 bis 46.000 so in der Mitte angesiedelt. Im Zweifel etwas höher ansetzen und das kann man natürlich dann auch nochmal runterhandeln später. Also bleiben wir jetzt erstmal bei 46.000, das heißt 28.600 ist natürlich deutlich zu wenig, aber wir wollen hier jetzt auch keinen Termin buchen, sondern ein ganz klassisches Inserat erstellen und das machen wir jetzt. An alle, die jetzt sagen, ey, warte mal, das ist doch ein erhöhter Preis. Ja, ihr liegt richtig. Tatsächlich liegt ein bisschen Zeit zwischen dem Tag, wo ich das Video aufgenommen habe und wo ich es jetzt geschnitten und hochgeladen habe. In der Zwischenzeit ist der Preis runtergesenkt worden auf einen fairen Preis von 43.000 müsste es sein. So viel möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen. Wir haben so ein bisschen Zeitblaseneffekt, wie ich es mal nennen. Aber damit ihr Bescheid wisst, also Preis ist nicht mehr 46, sondern 43, wenn das nachher nochmal kommt, wisst ihr auf jeden Fall jetzt Bescheid. Und damit würde ich sagen, weiter mit dem Video. Und können jetzt erstmal auswählen, sind wir privat oder sind wir gewerblich. Wir sind Privatverkäufer, das heißt privat. Bis 29.900 oder ab 30.000, das hat tatsächlich den Grund, wie teuer wird nachher die Anzeige. Wir haben ja gerade schon gecheckt, mittlerer Preis so 45.000, 46.000, das heißt ab 30.000. Und in diesen drei Inseratspaketen, die es bei Mobile gibt, fällt dann die günstigste bzw. kostenlose Variante Basis raus. Die ist nämlich nur möglich für Autos, die maximal 29.999 Euro kosten. Ich werde mich jetzt hier aber für die Premium-Variante entscheiden. A, weil es mehr Bilder gibt, weil das Auto direkt auf Seite 1 inseriert wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass das Auto auch gesehen wird. Und bei einem Gesamtpreis von 26,90 Euro für einen Monat, also für die 28 Tage, in Anbetracht des Verkaufspreises, lohnt sich das hier auf jeden Fall. Und ich sehe, wir bekommen nochmal 10 Euro Willkommensrabatt. Das heißt, da wählen wir auf jeden Fall die Premium-Variante in diesem Fall aus. So, jetzt geben wir unsere Fahrzeugdaten ein und zwar nach und nach. So, dann gehen wir als nächstes in die Details. Bilder und Video kann man einstellen. Vielleicht verlinken wir dieses Video zu späterer Stunde auch nochmal. Ergänzen jetzt die Details. Wir können bis zu 20 Bilder auswählen. Ihr wollt das Fahrzeug verkaufen und ihr wollt das Fahrzeug auch in einem guten Licht darstellen. Das heißt, macht euch Mühe und macht wirklich gute Fotos von dem Auto. Es hilft euch tatsächlich. 20 Bilder könnt ihr hochladen von dem Auto und würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Was ihr nicht machen solltet, ist irgendwas wegzuretuschieren, was kaputt ist oder so. Das ist ein Auto, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Das heißt, wenn Macken da sind, wenn irgendwie eine kleine Delle ist, dann macht auf jeden Fall davon auch Bilder, damit die Käufer oder die Käuferinnen auf jeden Fall auch wissen, worauf lassen sie sich ein und dann nachher nicht irgendwie auf ungewollte Schäden treffen, von denen sie vor einfach nichts wussten. Wir können tatsächlich jetzt hier auch ein YouTube-Video hinterlegen. Das machen wir später. Wir wählen jetzt erstmal die 20 Bilder aus. Ich habe jetzt 20 Bilder ausgewählt, also das Maximale, was man in der Premium-Option an Bildern überhaupt hochladen kann. Und habe natürlich hier auch darauf geachtet, möglichst aus allen Perspektiven irgendwie was von dem Auto zu zeigen. Also wir haben jetzt hier ein Galerie-Bild. Das ist quasi das erste Bild, was von dem Auto immer gezeigt wird. Was einfach, finde ich, sehr ansprechend aussieht. Zentral, das Matrix-LED. Dann haben wir hier den Motor, das Heck, das Heck seitlich. Auch hier, wie gesagt, wenn der Wagen Macken hat, Macken am besten zeigen. Hier unten an der Heckschütze hat er nämlich eine kleine Macke oder auch hinten so ein paar kleine Tupfer. Dann ein paar Bilder vom Innenraum. Das Virtual Cockpit, das Panoramadach, die Rückbahn, Kofferraum mit den Sitzen hinten im Kofferraum und das Checkheft auch einmal. Also das zeigt einfach, dass an dem Auto nichts ist. Ehrlicher Verkauf und genau, möglichst viel einfach von dem Auto zu zeigen. Der Text ist nun auch eingegeben. Also ein bisschen quasi persönliche Note. Macken nennen, die er hat. Gebrauchsspuren im Innenraum. Auf den Bildern auch ersichtlich. Checkheft gepflegt. Privatverkauf. An dieser Stelle keine Ausweisung der Mehrwertsteuer. Darunter noch ein paar Sonderausstattungen aufgelistet habe, die ich noch ganz spannend fand. Die man oben jetzt nicht unbedingt eingeben konnte und deswegen die hier unten nochmal separat genannt habe. Wir gehen noch weiter. Titel und Beschreibung sind drin. Preisvorschlag 37.000 Euro. Da ist aktuell tatsächlich einfach der Markt sehr überhitzt. Wir kennen ja alle die Problematik der teuren Gebrauchtwagen. Als Verkäufer eines Gebrauchtwagens kann man das natürlich Nutznießer sein. Hier unten steht jetzt ein fairer Preis. Wäre zwischen 38 und 43.000 Euro. Wir sind wie gesagt gerade einmal da durchgegangen und gehen jetzt hier erstmal mit dem Preis von 46.000 Euro rein. Wir gehen auf Verhandlungsbasis. Wir gehen auf Fertig. Kontakt müssen wir noch eben ergänzen. Telefonnummer bestätigen. Speichern. Und dann kommen wir als nächstes eben zur Auswahl der Pakete. Ja perfekt. Wir haben Paypal ausgewählt. Du hast dein Fahrzeug erfolgreich inseriert. Dein Inserat ist in Kürze für 28 Tage online. Wir schauen uns das Inserat nun mal einmal an. Und so sieht unsere Anzeige nun aus. Wir haben 23 Bilder. 20 hatte ich hochgeladen. Achso. Man kann jetzt direkt hier parken auch. Also das sieht doch schick aus. Hier mit dem Panoramadach. Die Bilder die ich hier ausgewählt habe. Vom Kofferraum. Mit den Sitzen. Und auch nochmal das Checkheft. Und damit ist das Auto online. Und wir haben tatsächlich jetzt schon vier Klicks. Und davon kam ja maximal einer von mir. Sehr schick. Jetzt schauen wir mal, dass wir auch alles in Autoscout rüber kopieren. Das machen wir nämlich jetzt als nächstes. Wir sind gewechselt von Mobile auf Autoscout. Wir sehen es hier vor uns. Autoscout24. Und da kopieren wir jetzt quasi einmal die Anzeige von Mobile. Auch hier drauf. Ganz einfach hier oben. Verkaufen. Auto kostenlos. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, das Auto direkt an Autoscout24 Partner zu verkaufen. Aber wir wollen auch hier wieder ein Inserat erstellen von unserem Audi. Hier können wir das auch mit der HSN-TSN Nummer, also der Schlüsselnummer machen. BDQ. Perfekt. Erstzulassung war im Juni 2015. Und da haben wir jetzt auch schon alle Informationen. Fünftürer. Diesel. 272 PS. Ausstattungslinie. Außenfarbe. Ist bei uns weiß. Weil hinter dem Typcode steckt quasi alles, was wir wissen müssen. Also alle grundsätzlichen Informationen zum Basisfahrzeug stecken dahinter. Und hier können wir jetzt im Gegensatz zu den 20 Bildern bei Mobile sogar 50 Bilder auswählen. Das heißt, hier muss ich mir groß gar keine Gedanken machen, welche ich aussortiere, weil ich genau 50 habe. Nur das Galeriebild. Das wählen wir jetzt mal separat aus. Das ist das hier. Perfekt. Wir haben genau 50 Bilder. Klicken hier auf Weiter. Das Wichtigste ist, wie gesagt, da das erste Bild, das Vorschaubild. Die ganzen Informationen zur Ausstattung sind jetzt auch eingeben. Wir sehen jetzt hier unten nochmal die 50 Bilder. So. Und jetzt brauchen wir natürlich auch hier eine Fahrzeugbeschreibung. Dafür gehen wir ganz einfach hier einmal in Mobile rein und kopieren uns die Ausstattung bzw. die Beschreibung aus diesem Text. Und dann können wir das Auto auch schon veröffentlichen. Das ging natürlich jetzt sehr, sehr schnell. Genau wie bei Mobile haben wir jetzt auch hier wieder die Möglichkeit, das Inserat etwas höher zu platzieren. Super, Super Plus, Turbo und Turbo Plus. Das heißt, Super und Super Plus Seite 2 für 7 oder 14 Tage. Turbo oder Turbo Plus Seite 1 Inserat für 14 oder 28 Tage. Auch hier wählen wir jetzt erstmal das Turbo Plus Inserat aus für 29,99, was ich vollkommen okay finde. Und damit sind wir jetzt auch bei Autoscout24 fertig mit dem Inserat. Wir schauen uns das Ganze hier auch einmal an. Zum Inserat gucken, wie sich das Ganze anfühlt. Die beiden Inserate auf Mobile und Autoscout habe ich euch natürlich unten in der Infobox verlinkt. Das sieht doch so erstmal ganz gut aus. Die beiden Inserate sind jetzt online sowohl auf Mobile als auch auf Autoscout. Ich bin natürlich jetzt super gespannt, wann es eine Anfrage zu dem Fahrzeug gibt und bei welcher Website die Anfrage eher kommt. Mobile oder Autoscout? Sobald der Wagen verkauft ist, werde ich euch da auf jeden Fall nochmal ein Video nachreichen und so von meinen Erfahrungen berichten, wie eben der Ablauf des Verkaufs so gewesen ist. Damit sind wir an dieser Stelle auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So ein bisschen hier mal Einblick in Inserate auf Mobile und Autoscout. Wie es nicht laufen kann oder sollte beim Autokauf, das könnt ihr euch jetzt hier anschauen. Ich habe ja wie gesagt ein 1er BMW gekauft. Das hat dann nicht ganz so gut funktioniert. Die ganze Story seht ihr in dem Video. Und ich hoffe, dass das hier besser ausgeht. In dem Sinne, macht es gut. Viel Spaß mit dem Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.